Wo der Tag beginnt. Von Sarah Laag. Es liest Nicole Engel. Das Geheimnis der Kopibäume. Wellington. Nordinsel Neuseeland. Chatham Island. Gegenwart. Prolog. Danke. Oh, vielen Dank. Sophie tanzte mit den Befunden der Genanalyse, die ihre Freundin Jenna ihr gerade gebracht hatte, durchs Zimmer. Du glaubst nicht, wie erleichtert ich bin und wie ich mich freue. Jenna lachte. Dann könnt ihr ja jetzt den Hochzeitstermin festlegen, bemerkte sie und nahm auf Sophies Schreibtestuhl Platz. Das Büro ihrer Freundin an der Victoria-Universität in Wellington war winzig. Viel mehr als ein Schreibtisch für den Computer und zwei Stühle passten nicht hinein. Sophie hatte es allerdings sehr individuell dekoriert. Die Wendel zierten ausdrucksvolle Reproduktionen von Höhlenmalereien aus aller Welt, entstanden vor vielen tausend Jahren. Galoppierende Pferde, Bisonherden, fliehend vor Raubtieren oder menschlichen Jägern, Abdrücke von Händen und geheimnisvolle Symbole. Sophie bemühte sich, die Sprache dieser Bilder zu entschlüsseln. Sie war Spezialistin für Parietalkunst und hatte zum Thema Höhlenzeichnungen in Carnarvon, Australien, promoviert. Seitdem arbeitete sie an der Universität, in der Forschung sowie als Dozentin. Also geheiratet hätten wir sowieso, erklärte sie jetzt fast etwas beleidigt und warf ihr langes schwarzes Haar zurück. Das steht außer Frage, aber ob wir uns getraut hätten, Kinder zu bekommen? Sophie hat ihren Freund Norman ein halbes Jahr zuvor kennengelernt und die beiden hatten sich praktisch auf den ersten Blick ineinander verliebt. Dabei schienen sie gar nicht so viel gemeinsam zu haben. Sophie, die nüchterne Wissenschaftlerin, und der Webdesigner Norman, der für ein Unternehmen filmische Spezialeffekte, Außerirdische und Fabelwesenheit warf. Wahrscheinlich wären die beiden sich nie begegnet, hätte seine Firma keinen so großen Wert auf die Glaubwürdigkeit seiner Fantasiewelten gelegt. Sophie war als Beraterin hinzugezogen worden für die Gestaltung einer Steinzeithöhle. Norman hatte sie durch die virtuelle Berglandschaft geführt und sie ausgelacht, als sie ausführlich darüber doziert hatte, dass man so tief im Berg natürlich ganz andere Lichtverhältnisse und Feldstrukturen haben müsse als in seinem Film. Das ist Ex-Annaplanet-Touge, ein nur entfernt erdähnlicher Planet, hatte er unbekümmert erklärt. Aber gut, wenn du unbedingt willst, installieren wir noch ein paar Glühwürmchen, wie in Waitemo, die können das Ganze auffällen. Vielleicht beißen sie ja. Das könnte die Texte auf ganz neue Ideen bringen. Sophie hatte mitgelacht und Normans strohblonde Rasterlocken ebenso unwiderstehlich gefunden wie seine strahlenden grünen Augen. Und sein Gesicht, das immer etwas verknautscht wirkte, als wäre er gerade erst aus dem Bett gefallen. Sehr schnell waren sie unzertrennlich gewesen. Das Glück war nur beim Kennenlernen der gegenseitigen Familien ein wenig getrübt worden. In den letzten Jahrzehnten waren in beiden Familien Fälle von Mukoviszidose aufgetreten. Es war gut möglich, dass sowohl Sophie als auch Norman den Gendefekt aufwiesen, der die Erbkrankheit verursachte. Das Risiko, gemeinsam Kinder zu haben, erschien also groß. Norman sah das gelassen. Er hatte den Gedanken an Gentests und andere Komplikationen des gemeinsamen Lebens erst mal weggeschoben. Sophie war jedoch nicht zur Ruhe gekommen und schließlich hatte sie sich Jenna anvertraut. Komm schon, Sophie, wenn's weiter nichts ist, hatte ihre Freundin gesagt. Ich schick jede Woche Genmaterial von irgendwelchen Moriori-Abkömmlingen ins Labor für diese große Studie. Du weißt schon, ob wir da ein oder zwei Proben mehr untersuchen lassen, merkt kein Mensch. Jenna war forensische Anthropologin und beschäftigte sich zurzeit mit Erbgut und Herkunft eines fast ausgestorbenen Volkes. Die Moriori hatten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend abgeschottet von der sonstigen Welt, auf den Chatham-Inseln gelebt und eine einzigartige Kultur entwickelt. Dann waren sie jedoch in der Folge einer Maori-Invasion fast ausgerottet worden und erst jetzt erwachte wieder größeres allgemeines Interesse an ihrer Herkunft und ihrem Brauchtum. Besonders die Abkommen der Moriori selbst wollten möglichst viel dokumentiert haben, einschließlich einer Erfassung des noch bestehenden Erbguts. Sophie hatte also mit etwas schlechtem Gewissen ein Haar von Norman aus seiner Bürste stibitzt und selbst eine Blutprobe abgegeben. An diesem Tag war das Ergebnis gekommen. Weder sie noch Norman trugen das verhängnisvolle Gen in sich. Ich bin jedenfalls total glücklich, dass ich jetzt Bescheid weiß. Wiederholte Sophie. Und sonst haben sie auch nichts gefunden, oder? Jenna biss sich auf die Lippen. Da ist, ähm, da ist schon noch was, das ich dir sagen muss, Sophie. Du weißt ja, dass ich die DNA-Proben für eine Moriori-Studie eingesandt habe. Die Genanalyse in Bezug auf Erbkrankheiten hat mir die Laborantin als kleinen Gefallen dazu gemacht. Aber sie hat eben auch getestet, ob einer von euch vielleicht von den Moriori abstammt. Und, ähm, Sophie, bei dir ist das der Fall. Sophie runzelte die Stirn. Unmöglich, sagte sie. Meine Familie kommt aus Australien und sie hat irische Wurzeln. Ich weiß das nicht genau. Ahnenforschung war bei uns nie ein Thema. Aber meine Großmutter war eine regelrechte englische Rose. Rot-blond, blauäugig. Du dagegen bist ein dunkler Typ, bemerkte Jenna. Aber ich hab blaue Augen. Sophie lächerlte schief. Und das Mukoviszidose-Gen in der Familie, das gibt's nur bei Europäern. Und was ist das hier? Fragte Jenna und wies auf ein weiteres kleines Kunstwerk auf Sophies Schreibtisch. Im Gegensatz zu den Postern an der Wand keine Reproduktion, sondern die Bleistiftzeichnung einer jungen Frau. Eindeutig polynesische Abstammung. Ein Familienerbstück, hast du mal gesagt. Sophie nickte nachdenklich. Ja, sagte sie. Das hab ich gefunden. In einer Mappe mit ausschließlich naturkundlichen Zeichnungen. Mein Ur-Ur-Urgroßvater soll mit Ludwig Leichhardt gereist sein, diesem Naturforscher. Die anderen Zeichnungen zeigen Australiens Flora und Fauna. Diese junge Frau war sicher keine Aborigine, bemerkte Jenna. Könnte es nicht sein, dass dies die Verbindung ist? Sophie zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht. Es ist im Grunde auch egal. Hab ich eben ein bisschen Erbgut von den Moriori? Kann ja sein. Und ist nichts Schlimmes. Jenna schüttelte den Kopf. Im Gegenteil. Es ist etwas Besonderes. Es macht dich zum Teil eines ganz außergewöhnlichen Volkes. Und ich dachte also, du könntest mir da einen Gefallen tun. Auf die Chatham-Inseln? Eine Expedition? Norman spielte mit seinem Sektglas. An diesem Abend hatte ihm seine Freundin einige Dinge zu schlucken gegeben. Die Sache mit dem heimlichen Gentest war schon ein starkes Stück. Aber andererseits hätte er gewusst, wie sehr die Sache Sophie zusetzte, hätte er sich dem Test natürlich freiwillig unterzogen. Also hatte er sich einfach entschlossen, sich mit ihr über das Ergebnis zu freuen und eine Flasche Sekt zu öffnen. Als sie ihm von ihrer Moriori-Abstammung erzählte, reagierte er gelassen. Dann wundern wir uns wenigstens nicht, wenn unsere Kinder ein bisschen exotisch aussehen, sagte er lachend. Eine kleine Südseeschönheit. Oder ein Junge, der aussieht wie Bob Marley. Also karibische Wurzeln habe ich nicht, wehrte Sophie ab. Die Moriori kamen ursprünglich wohl aus Hawaiki, genau wie die Maori, aber dann lebten sie auf den Chatham-Inseln. Wo genau liegen die noch? Sophie überlegte kurz. Im Südpazifik, ungefähr 800 Kilometer südöstlich von hier. Ein bisschen abgelegen, aber sie gehören zu Neuseeland. Und ich denke, ich werde sie bald kennenlernen. Gleich darauf kam sie mit der dritten Eröffnung des Abends heraus. Sie würde sich einer Forschungsexpedition der Universität auf die Chatham Islands anschließen. Die Moriori sind berühmt für das sogenannte Tree Carving. Sie haben Bilder und Symbole in die Rinde von Bäumen geschnitten. Außerdem gibt es Höhlenmalereien an einem Ort namens Nunukus Cave, Fungalagune, berichtete Sophie. Jedenfalls hätte Jenna gern eine Expertin für Parietalkunst dabei. Und ganz ehrlich, es interessiert mich. Diese Moriori, sie haben jahrhundertelang auf den Chathams gelebt. Aber hast du jemals was von ihnen gehört? Dabei sollen sie eine ganz spezielle Kultur gehabt haben. Und sehr friedlich waren sie, weshalb sie fast ausgerottet worden wären. Sohn. 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 Vielen Dank.